Ich habe es ja gerade gesagt, ich denke darüber nicht nach, weil ich jetzt gar keine Zeit habe, weil ich habe einen Durst. Ich denke jetzt nur, ein Weißbär zu trinken und für andere Gedanken ist wenig Raum zur Zeit. Morgen nach dem Frühstück habe ich vielleicht ein bisschen mehr Platz, aber jetzt brauche ich ein Weißbär. Sicher, vielleicht trinke ich den auch noch, wer weiß. Aber Preise verleihe ich nicht. Ich würde nicht einmal Preiselbeeren verleihen.